Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gebe ich eine Antwort auf die Frage, muss ich eine Steuererklärung machen, wenn ich Steuerklasse 1 und 6 habe? Und Sie werden noch einen ganz interessanten Tipp bekommen. Bleiben Sie also unbedingt dran. Muss ich eine Steuererklärung machen, wenn ich Steuerklasse 1 und 6 habe? Die Steuerklasse 6 ist die mit der höchsten Steuerlast. Sie ist unabhängig vom Familienstand und von der Anzahl der Kinder und findet Anwendung bei einem Zweitjob, wenn dieser kein Minijob ist. Sie haben in der Steuerklasse 6 keine Freibeträge. Die Steuerklassen 1 bis 5, die kennen ja Freibeträge. Die Steuerklasse 6 kennt diese nicht. Die gute Nachricht ist allerdings, wenn Sie mehr als ein Arbeitsverhältnis haben, dann können Sie selber wählen, welchen Job Sie in die Steuerklasse 6 einordnen möchten. Schauen Sie sich das vorher an, informieren Sie sich, nutzen Sie dazu den Lohnsteuerrechner des Bundesministeriums für Finanzen und verschaffen sich Klarheit. Prinzipiell ist die Steuerklasse 6 mit jeder anderen Steuerklasse kombinierbar und nicht nur mit der 1. Da es in der Steuerklasse 6 keine Freibeträge gibt, ist natürlich die 6 die teuerste Steuerklasse. Hier nochmal zur Erinnerung. Schauen wir uns mal kurz an, welche Freibeträge es gibt. Nun ja, das sind abhängig vom Familienstand und Einkommen. Dann gibt es den Grundfreibetrag, die Pauschale für Werbungskosten, Sonderausgabenpauschbetrag, die Vorsorgepauschale, den Kinderfreibetrag und eventuell den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Ja, in der Steuerklasse 6 gibt es keinen Grundfreibetrag, deshalb sind die Abzüge hier besonders hoch. Daher lassen sich Arbeitnehmer mit mehreren sozialversicherungspflichtigen Jobs das niedrigste Gehalt über die Steuerklasse 6 versteuern. Allerdings gibt es auch Ausnahmen und zwar bei einer Nebentätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation oder über den Altersentlastungsbetrag. Wir haben also den Minijob bis 450 Euro und wir haben dann den Minijob ab 450 Euro und 1 Cent bis 1300 Euro in der sogenannten Gleitzone. Die Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung besteht immer dann, wenn ein Arbeitnehmer von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat, also ein Arbeitsverhältnis nach der Steuerklasse 6 abgerechnet wurde. Bei einer zusammengefassten Lohnabrechnung durch Dritte ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend für Sie, aber so ist nun mal die Praxis. Generell gilt, dass jeder Steuerbürger sich selbst darüber informieren muss, ob er eine Steuererklärung abgeben muss oder nicht. Das Finanzamt schreibt Sie also nicht automatisch an und fordert nicht alle Pflichtveranlagten zur Abgabe einer Steuererklärung auf. Da müssen Sie sich schon selber drum kümmern. Es gibt noch eine Frage. Arbeitgeber sind auch dann verpflichtet, die Steuerklasse 6 anzuwenden, wenn einer ihrer Angestellten Ihnen den Abruf dieser elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale, diese L-Stam-Daten, nicht ermöglicht. Ja, gibt der Arbeitnehmer seine steuerliche Identifikationsnummer nicht an den Arbeitgeber oder macht sogar falsche Angaben, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Gehalt nach der Steuerklasse 6 zu versteuern. Der Arbeitgeber darf aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht selber beim Finanzamt die ID-Nummer erfragen. Das wäre ja zum Beispiel bei einem Wechsel des Arbeitgebers der Fall. Schauen wir uns nochmal an die Übersicht, wer alles zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist. Also als ersten Punkt haben wir die Sache mit mehreren Arbeitgebern. Sie haben von mehreren Arbeitgebern gleichzeitig Gehalt bekommen und die Steuerklasse 6 in einem Beschäftigungsverhältnis. Die zweite Sache ist die, wenn Sie einen Lohnsteuerfreibetrag sich haben eintragen lassen, zum Beispiel weil Sie hohe Fahrkosten oder doppelte Haushaltsführung haben, dann sind Sie ebenfalls verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Ausgenommen davon sind eingetragene Pauschbeträge für Behinderte, Hinterbliebene oder Kinderfreibeträge oder wenn der insgesamt erzielte Lohn in 2019 höchstens 11.600 Euro bei einem Single bzw. 22.050 Euro bei einem Paarbetrug. Sie sind ferner zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet bei Nebeneinkünften, die mehr als 410 Euro im Jahr betragen. Das wären zum Beispiel Mieteinnahmen. Bei Lohnersatzleistungen sind Sie ebenfalls verpflichtet, wenn Sie mehr wie 410 Euro im Jahr erhalten haben. Lohnersatzleistungen, nun ja, das ist Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, aber auch Krankengeld, Elterngeld oder Mutterschaftsgeld. Sofern diese Lohnersatzleistungen, die 410 Euro übersteigen, sind Sie ebenfalls verpflichtet, die Steuererklärung einzureichen. Hat in einer Ehe- oder Lebenspartnerschaft einer der Partner eine einzeln veranlagte Steuererklärung abgegeben, dann muss auch der andere Partner eine Steuererklärung einreichen. Ja, in der Steuerklassenkombination 3 und 5 oder in der Steuerklasse 4 mit Faktor sind Sie ebenfalls verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Jetzt kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der vielen noch nicht so bekannt ist. Sie haben auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung ein großes S eingetragen. Es gibt da so einige Buchstaben, die da als Geheimsprache des Finanzamtes bezeichnet werden. Gehen wir in einem späteren Video mal darauf ein, aber wir gehen jetzt auf den Buchstaben S ein. Und zwar, es bedeutet, wenn Sie innerhalb eines Jahres bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt waren und Ihr neuer Arbeitgeber zum Beispiel für sonstige Bezüge wie Weihnachtsgeld Lohnsteuer berechnet hat, ohne Berücksichtigung des früheren Arbeitslohnes beim alten Arbeitgeber. Viel ist das nicht bewusst. Die gucken auch gar nicht, ob Sie da ein S drauf haben oder nicht, aber Sie sind auf jeden Fall zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet. Ein weiterer Fall ist, Sie haben eine Abfindung erhalten und der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer hierfür nach der sogenannten Fünftelregelung einbehalten. Ja, Kapitalerträge, für die keine Abwertungssteuer abgeführt wurden. Wenn Sie solche haben, dann sind Sie ebenfalls verpflichtet. Und ein weiterer Punkt, Sie heiraten im selben Jahr, in dem Sie geschieden wurden oder Ihr Hexpartner heiratet wieder. Das gleiche gilt auch für Verwitwete, die noch im selben Jahr erneut heiraten. Ja, das waren so die wichtigsten. Es gibt da noch einige Spezialfälle, auf die gehen wir jetzt nicht weiter ein. Das Wichtigste, was Sie wissen müssen, haben wir jetzt erstmal angesprochen. Und wenn Sie verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, halten Sie unbedingt Ihre Frist ein. Das ist der 31. Juli des Folgejahres, das ist der späteste Abgabetermin für Ihre Einkommenssteuererklärung. Und sollte der 31. Juli auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, dann muss die Steuererklärung spätestens am folgenden Werktag beim Finanzamt sein. Das war jetzt das Wichtigste zu der Steuerklasse 6. Jetzt noch ein kleiner Hinweis, eine Frage. Haben Sie sich schon die Gratisanleitung in sieben Schritten zur Steuererklärung geholt? Wenn nicht, dann holen Sie erst nach. Sie finden den Link dazu unter dieser Beschreibung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Video wieder einen Schritt weiterhelfen. Ja, mit der Steuerklasse 6, das muss wirklich gut überlegt sein. Und manchmal ist es vielleicht besser, einen Minijob für 450 Euro maximal anzunehmen. Ja, außerdem konnten Sie in diesem Video den ersten Buchstaben der Geheimsprache des Finanzamtes lernen. Und ich denke, Sie haben vielleicht einen kleinen Aha-Effekt erzielt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Jutta Martin Jutta Martin Jutta Martin